Helda, der Künstler Tag, ja, warst ja Künstlerin und hat auch Modedesign gemacht. Nachdem ist ja auch schon ein bisschen bekannt, weil es war schon öfter in der Zeitung gewesen. Wie ist denn die Möglichkeit hier künstlich zu arbeiten und in Syrien, Latakia, große Unterschiede oder kann sich hier auch genauso gut verwirklichen? Ja, es ist leider ein bisschen unterschiedlich. Als meine Heimat war, ist es ganz anders. Ich habe das gelernt, die Kultur und dieses Modedesign ist ganz anders als hier in Deutschland. Aber in Deutschland hier gefällt mir sehr, dass wir sehr gut sind. Aber mit Malen ist etwas anderes. In Deutschland gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, die auch das machen. Bestimmt, hier gibt es viel zu viel. Und ganz andere Linien, ganz andere Kultur, ist viel unterschiedlich bestimmt. Aber ich versuche etwas zu machen. Von meiner Kultur, von meiner Sachen, was ich immer sage, hier in Deutschland zu machen. Jetzt malst du, wenn du in Deutschland bist, andere Bilder als damals in Syrien. Du malst viele Kinderbilder, Flüchtlingskinder, das beste Beispiel ist Hoffnung. Und dann versuchst du, mit dieser Malerei auf deiner Künstler zu arbeiten. Und dann habe ich etwas gesagt, woher ich weiß genau, was ich hier mag. Was mögen die Leute hier in Deutschland? Dann sage ich, nein, stopp, ich muss etwas Besonderes. Meine Heimat, die Flüchtlinge. Was mit den Kindern passiert. Die Kinder ist sehr richtig. Deshalb habe ich mit den Kindern erfangen, habe ich jetzt viele Flüchtlinge, Kinderflüchtlinge gezeichnet. Leider, sie haben keine Schuld, aber sie bezahlen diesen Krieg. Sie haben keine Perspektive im Endeffekt. Und jetzt, sie lernen gar nichts. Viele Kinder haben keine Schule, keine Eltern mehr, keine Häuser und so weiter. Also, dass du mal auf deine beruflichen Perspektive zurückkommst. Hast du eine Möglichkeit, hier etwas zu machen oder hast dich irgendwo beworben? Ich habe schon ein Praktikum im Theater in Neuss gemacht. Zwei Jahre lang. Und die Welt habe ich es gerade im Neuss als Wohnmalerin. In Neuss. Ja, in Neuss. Ich versuche, habe ich für den Lebenslauf Werbung geschickt und ich warte jetzt. Wobei man natürlich, wobei man natürlich als Wohnbilderin auch seine Gedanken auch teilweise ausnehmen kann. Wobei man natürlich auch mit dem Regisseur übereinstimmen muss. Dann muss natürlich, dann kannst du natürlich nicht unbedingt das mal, was du möchtest. Sondern was der Regisseur sagt, das soll so ungefähr kommen. Aber du kommst auch nicht klar, wenn du eine Vorgabe machst. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Habe ich schon das gemacht in Düsseldorf. Und ich denke, kann ich das auch hier machen. Hauptsache eine Stelle zu finden. Das ist sehr richtig für mich. Das zu weitern in meinem Leben. Und Hauptsache auch eine Arbeit, die ich so lange nicht dran gehen kann. Ist nicht so, was du sagst. Ich denke, die Arbeit ist sehr richtig. Aber was man liebt. Und man. Ist mehr.